Hallo zusammen, Eizocke hier. Falls ihr mich mal live sehen wollt, schaut in die Kommentare, da findet ihr den Link zu meinem Twitch-Kanal. In diesem Video zeige ich euch die Quest, das schreit nach einem Spezialisten, anzunehmen bei Flicky. Immer zur blauen Gebirge, an dieser Position. Vor Quest war Übungskampf. Nehme hier die Quest gleich mal an und wir müssen zur Küste des Erwachens. Ich werde jetzt einen Flug starten zur Küste des Erwachens, mache eine kurze Unterbrechung und wir sehen uns, sobald ich im Landeanflug bin, dann zeige ich euch, wo man diese Quest abschließt und ob man noch was zusätzlich machen muss. Also, bis gleich. Da bin ich schon an der Küste des Erwachens, vor dem Abgabe-MPC. Dachte mal, ich ziehe das Video nicht so in die Länge. Quest ist abzugeben, bei Hanigo. An der Küste des Erwachens, an dieser Position. Ich habe also den Flug genommen, zu diesem Drachenschub im Basislager und bin hergeflogen mit meinem Drachen. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen, falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Und nicht vergessen, in den Kommentaren, Link zu einem Twitch-Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.